Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wie die Zukunft aussieht, glauben wir manchmal in Science-Fiction-Filmen zu sehen. Oder sehen wir dort die Gegenwart? Jedenfalls diese Frage beschäftigt viele Menschen schon, nachdem sie Science-Fiction-Filme gesehen, Bücher gelesen oder Spiele gespielt haben. Isabella Herrmann ist heute bei uns in der Robert-Jung-Bibliothek zu Gast. Sie hat nicht weniger geschrieben als eine Einführung in die Science-Fiction, die bei Junius jetzt erschienen ist. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen die Gelegenheit wahr, um mit ihr in Ruhe über Science-Fiction zu diskutieren. Isabella Herrmann ist Politikwissenschaftlerin, die sich spezialisiert hat als Analystin für Science-Fiction. Sie war in der Arbeitsgruppe zu künstlicher Intelligenz und menschlicher Verantwortung an der Brandenburg-Berlinerischen Akademie der Wissenschaft. Sie war Programmleiterin des Present-Future-Forums der Technischen Universität Berlin. Sie ist im Vorstand der Stiftung Zukunft Berlin und hat das Buch geschrieben. Ich glaube, es zahlt sich aus, ihr zuzuhören. Gehen wir es von Anfang an an, liebe Isabella. Ab wann sprechen wir von Science-Fiction? Was sind so die ersten Werke der Science-Fiction? Also, was man so landläufig als das erste Werk der Science-Fiction einordnet, ist Mary Shelley's Frankenstein. Und zwar, weil in dem Werk letztendlich der technische Fortschritt der Zeit verhandelt wird. Also, es ging da gerade so los mit Obduktion von Leichen. Und dann gab es auch diese Strom-Experimente, wo tote Frösche mit Stromstößen wieder zu Bewegungen angeregt wurden und so weiter und so fort. Und die Mary Shelley, die packt das alles in eine Geschichte und verhandelt dann eben auch noch die Ethik drumherum. Und da kann man, auch wenn man es zu der Zeit noch nicht Science-Fiction genannt hat, aber schon von Science-Fiction sprechen. Science-Fiction war immer eine Reaktion auf technische Möglichkeiten, die sich abgezeichnet haben. Gibt es so eine erste Dynamik vielleicht mit der Industrialisierung? Ja, genau. Also, man sagt, die Science-Fiction ist quasi so ein Kind der Moderne oder Kind der Industrialisierung, wo es eben wirklich losging mit diesem Fortschrittsdenken. Immer weiter, schneller, immer mehr, immer besser. Also, die Geschichte ging auf einmal nach vorne. Also, man hat auch nicht mehr in so einem zyklischen Geschichtsverständnis gedacht, sondern wirklich geradeaus nach vorne. Und in der Zeit genau wurde eben auch die Science-Fiction geboren quasi als Fackelträgerin, würde ich jetzt mal sagen, des Fortschritts. Weil es geht ja schon meistens um die Zukunft. Was jetzt ganz interessant ist, du sagst zum Beispiel bei Frankenstein werden so aktuelle Herausforderungen wie zum Beispiel Obduktionen verhandelt. Ist Science-Fiction jetzt eigentlich ein Genre, das zukünftige Probleme verhandelt? Oder sind das nicht genau die Probleme der Gegenwart, die hier immer diskutiert werden? Ja gut, man kommt ja aus der Gegenwart nicht raus, weil die zukünftigen Probleme, die kennen wir ja nicht. Das ist ja der Witz dran. Also, auch mit der Zukunftsforschung zum Beispiel, die befasst sich ja nicht wirklich mit der Zukunft, sondern was wir jetzt für einen Blick auf die Zukunft haben. Und so ist es ja mit der Science-Fiction auch. Also, die ganzen Autorinnen und Autoren und Filmemacherinnen und Filmemacher und so weiter und so fort, die leben ja jetzt in der Gegenwart und müssen ja jetzige Probleme verhandeln. Und das Witzige ist, wenn man jetzt auch Science-Fiction, zum Beispiel Star Trek ist ja immer das beliebte Beispiel. Star Trek mit Captain Kirk und Co. aus den 1960ern spielt in den 1960ern. Und Next Generation spielt in den 1990ern, obwohl die im Grunde im gleichen Jahrhundert angesiedelt sind. Also, von dem her kommt man nicht drum rum, dass man aus der Gegenwart schreibt. Dann wird es natürlich lustig, wenn man sich Science-Fiction aus der Vergangenheit ansieht, dann erkennt man immer, oh, in der Vergangenheit, das war das große Thema dieser Periode. Was waren denn so große Themen, beispielsweise rund um 1900 oder beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann verhandelt wurden? Ja, also gerade, also ich sage jetzt mal, eben Anfang des 20. Jahrhunderts und dann noch in, ja, erster, zweiter Weltkrieg rein bis danach, da haben sich ja diese ganz großen Dystopien herausgebildet, die man jetzt auch noch kennt. Zum Beispiel Aldous Huxley's Brave New World aus den 1930ern, wo es ganz klar um Eugenik geht, um Konsumerismus, um, ja, ein Staatsverständnis, dass die Bürger und Bürgerinnen ruhig gestellt werden. Und das ist auch wieder aus der Gegenwart geboren, weil der Huxley, der, der, also es gab da in der Zeit verschiedene eugenische Bewegungen, also es war zu der Zeit noch nicht so verpönt, wie es jetzt ist, also wirklich mit der Idee, man kann Personengruppen von den Genen bereinigen in einer gewissen Weise und bessere Menschen züchten, also ganz übel eigentlich. Da war Huxley nah dran, auch wissenschaftlich, und er war dann auch in den USA zu Besuch und hat dann auch praktisch das ganze Konsumdenken damals der USA schon mitgekriegt und fand das alles ganz schrecklich und hat die beiden Entwicklungen und natürlich noch andere mehr in seinem Buch dann verarbeitet. Und das nächste wäre eben, klar, George Orwell's 1984, was ja die Dystopie ist als Warnung vor so einem totalitären Stalinismus-Kommunismus, das er ja dann im Buch ausführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann diese Auseinandersetzung mit dem Atomkrieg, nicht nur in der Gesamtgesellschaft, sondern auch in der Science-Fiction. Klar, also Atom, im Grunde kann man alle großen Entwicklungen dann in der Science-Fiction nachzeichnen. Witzigerweise beim Atomzeitalter war ja dann im Grunde Atom erstmal ganz was Positives. Also man dachte, Atomenergie, das bringt den Fortschritt. Es gab ja dann in den USA auch ganze Atomhäuser, wo alles mit Atom angetrieben wurde. Also es war die Idee des Fortschritts und das hat sich dann natürlich nach und nach dann auch ein bisschen verdüstert. Ich glaube, wir müssen zeitlich noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, wir haben eigentlich, vorher gesagt, bei Frankenstein sprach man noch nicht von Science-Fiction. Ab wann reden wir davon? Ab wann gibt es diesen Begriff? Also den Begriff an sich gibt es so seit den 1920er Jahren, als es dann in die USA auch rübergeschwappt ist. Da gab es dann die sogenannten Pulp-Heftchen. Also das ist auch noch, warum man ab und zu dann noch so einen schlechten Ruf von der Science-Fiction hat. Und dann sagt, ja, das war irgendwie für die kleinen Jungs und so. Also die Pulp-Fiction, das waren so sehr billige Hefte mit Kurzgeschichten und man kann sich die Cover dann eben vorne dran auch noch vorstellen. Das waren dann irgendwelche Monster, die Damen entführen oder irgendwelche Space Heroes, die die Welt vor dem Kometen retten, was weiß ich. Aber in der Zeit hat sich dann der Begriff Science-Fiction herauskristallisiert und eigentlich hat der Hugo Gernsbeck, der hat eigentlich noch von Scientific-Fiction gesprochen, witzigerweise. Und ja, aber dann wurde es eben die Science-Fiction. Wenn man so an Science-Fiction-Filme denkt, im Großen und Ganzen hat man die Idee, es werden humanistische, ideale, liberale Auffassungen vertreten. Aber das ist gar nicht selbstverständlich. Es gibt durchaus auch Science-Fiction-Filme, die sehr konservative Werthaltungen transportieren. Ja, genau. Also so wie es überall in jedem Genre, in jeder Kunst, überall im gesellschaftlichen Diskurs ist, es gibt alles auf jeden Fall. Und es gibt auch konservative, reaktionäre Ansichten. Was ich zum Beispiel ganz spannend finde oder was das ganz gut darstellt, ist, als Donald Trump das erste Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde, dann gingen ja die Verkaufszahlen von George Orwells 1984 durch die Decke. Also quasi als Bedrohung der Freiheit des demokratischen Rechtsstaats und so weiter und so fort. Aber was dann so im Diskurs eigentlich gar nicht so aufkommt, ist, als Obama gewählt wurde, also 2009, da wurde dann Ayn Rand, die Science-Fiction-Autorin, auf einmal wieder stark nachgefragt und hat dann wieder die Amazon-Bestsellerlisten meistverkaufteste Bücher angeführt. Und Ayn Rand ist halt eine ganz starke, libertäre Autorin. Also mittlerweile auch, ja, also durchaus ein bisschen verpönt und gilt auch so als Vordenkerin der Silicon-Valley-Mentalität. Und das spiegelt halt dann natürlich wiederum die Angst, als Obama gewählt wurde vor Sozialismus, gesellschaftlichen Fortschritt, mehr Rechte für queere Personen und so weiter und so fort. Was ja ganz interessant ist, auf diesem Sessel ist Mario Wintersteiger vor wenigen Monaten gesessen und mit ihm habe ich über Fantasy gesprochen. Und er hat genauso erzählt, wie bestimmte Fantasy-Tropen sehr unterschiedlich politisch aufgegriffen werden. Und jetzt habe ich ein Wort verwendet, das große Bedeutung hat, wenn man über Science-Fiction spricht, nicht nur übrigens Tropen. Bevor wir das Wort einfach so in den Diskurs werfen, vielleicht kannst du kurz erklären, was die Tropen der Science-Fiction bedeuten und was sie sind. Ja, genau. Also Tropen hat jetzt nichts mit Urlaub zu tun eigentlich, sondern das englische Wort spricht man auch von Tropes. Also das ist vielleicht auch ganz geläufig. Und Tropes sind in der Literatur, aber allgemein auch in der Kunstkultur immer so wiederkehrende Motive oder Dinge oder Handlungsabläufe, die einem dann ein Genre zuordnen lassen. Und ich benutze den Begriff eigentlich ganz gern, weil der anschlussfähig ist. Also man weiß dann auch, wenn man von Science-Fiction-Tropes oder Tropen spricht, dann kann man das immer ganz gut einordnen, auch im Gegensatz oder in Verbindung zu anderen Genres. Und bei der Science-Fiction wäre das eben alles, was man so mit modernen Fortschritt auch verbindet. Zum Beispiel Raumschiffe, Roboter, Zeitmaschinen, aber auch so bestimmte Handlungsabläufe. Zum Beispiel, wenn man mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reist, dann darf man irgendwie nichts verändern oder darf seinem jüngeren, älteren Ich nicht begegnen. Also das sind so typische Handlungsabläufe, wo man dann sagt, ah ja, stimmt, das ist ja jetzt Science-Fiction. Und das kann dann natürlich klischeehaft werden und dann auch ein bisschen langweilig. Und das ist genau der Witz dran, diese Tropes immer wieder neu aufzuladen, neue Facetten abzugewinnen, neue dazu zu erfinden. Und dann entwickelt sich das Ganze auch weiter. Du beschreibst in diesem Buch nicht nur, welche Art von Science-Fiction es gibt, welche Filme, Bücher wichtig sind, sondern du versuchst im Ganzen auch ein systematisches Quorsett, das vielleicht so streng, eine systematische Ordnung zu geben. Und du sprichst von einem Kontinuum, an dem die Science-Fiction zugeordnet verstanden werden kann. Ja, genau. Mit dem Kontinuum war die vorwiegende Idee erst mal, dass man miteinander im Gespräch bleiben kann. Weil ich bin jetzt Sozialwissenschaftlerin, ich habe da natürlich eine ganz andere Brille auf Science-Fiction, wie jetzt zum Beispiel ein Ingenieur oder eine Ingenieurin, die sagen, ja, wir wollen jetzt ganz genau wissen, wie bei der Enterprise das mit dem Warp-Antrieb ist. Und ich denke mir halt ja eigentlich, was da interessant ist, ist die postkapitalistische Gesellschaft zum Beispiel. Und damit man da nicht aneinander vorbeiredet oder sagt, so, ah, das ist die falsche Ansicht und ich habe die richtige oder andersrum, dachte ich mir, es ist schön, wenn man von dem Kontinuum spricht, wo auf der einen Seite diese reale Möglichkeit ist, also Science-Fiction wirklich als eine Art von Vorseit vielleicht, auch von Technikfolgenabschätzung, von der Möglichkeit der Technik und der Gesellschaft. Also es wäre jetzt bei Star Trek so, können wir wirklich den Warp-Antrieb entwickeln. Und auf der anderen Seite das, was in der Science-Fiction passiert und dann eben auch die Tropes Metaphern sind oder Projektionsflächen. Und dann kann man eben sagen, dass einerseits gut, der Data als Androide, als künstlicher Mensch in Star Trek, kann jetzt wirklich eine Möglichkeit sein, künstliche Menschen in der Zukunft zu bauen. Oder Data ist eine Projektionsfläche, der ist ein Bild für unsere eigenen menschlichen Bedürfnisse und Sehnsüchte, der hat auch eine Funktion im Plot, der ist eine Metapher oder ein Gedankenexperiment. Und wenn man mit dem Kontinuum spielt und da auch entlangfahren kann und man die eine Sache so einordnet, die andere so, dann kann man dem Ganzen auch nochmal neue Facetten abgewinnen und kann dann vielleicht auch mal mit dem Augenzwinkern mehr an die Sache rangehen. Und das nicht so bierernst zu nehmen, du hast die richtige Definition und du die falsche. Verstehe. Vielleicht kommen wir zu dem, was natürlich jetzt aufgelegt ist. Du sagst, man kann durch das Lesen und Schauen von Science-Fiction-Produkten vergangener Zeiten Informationen gewinnen über die damaligen Zeiten und was die großen Sorgen waren, was die Ideen waren, technisch, gesellschaftlich. Und das können wir natürlich auf die Gegenwart auch anwenden. Was sind denn die großen Tropen, Ideen, Themen der Science-Fiction heute? Ja, heute, da habe ich mich im Buch auf drei Punkte beschränkt, muss ich sagen. Es gibt sehr, sehr viele. Aber im Buch geht es bei mir eben um Weltraum. Und das ist einfach ein Thema, was momentan wieder brandaktuell ist, nämlich Elon Musk will den Mars besiedeln. Und das ist ja jetzt nicht eine Träumerei, sondern da gibt es ja auch Jahreszahlen dazu. Also ob das alles sein wird, sei mal dahingestellt. Aber es wird ernsthaft verhandelt. Also man hat so das Gefühl, ja, wir kommen jetzt da wirklich in dieser Science-Fiction-Zeit an. Ähnliches mit künstlicher Intelligenz. Also wir haben jetzt JetGPT, die Maschinen muten an, intelligent zu sein. Also auch da wieder Themen, die in der Science-Fiction schon ganz lang verhandelt wurden. Ich habe ja gerade das Beispiel von Data auch gebracht. Und eben der Klimawandel natürlich. Das ist ja auch eine Problematik, die schon länger am Laufen ist, aber auch ja erst seit den 2000ern so richtig im öffentlichen Diskurs angekommen ist. Und die drei Themen, die behandle ich eben in aller Ausführlichkeit mit vielen Beispielen und auch wo aktuelle Diskurse anknüpfen. Aber es gibt auch noch mehr. Es gibt den ganzen Biotech-Bereich. Es gibt virtuelle Realität. Es gibt neue Mobilität. Es gibt Medizin. Die ganze Diskussion um Post- und Transhumanismus. Also es streife ich dann auch zum Teil. Aber die Latte ist uferlos. Aber das Buch hat eben nur 200 Seiten. In dem Buch endest du mit einem Plädoyer dafür, Science-Fiction auch in der Bildung einzusetzen. Kannst du sagen, wie du auf diese Idee kommst? Ja, ich glaube oder ich bin vielmehr davon überzeugt, dass Science-Fiction überhaupt Bildung sein kann, aber vor allem auch politische Bildung. Weil eben die Wünsche, Sehnsüchte, Risiken, Ängste, die jetzt eben uns beschäftigen, die wären dort wie unter einem Vergrößerungsglas verhandelt. Also man hat praktisch diese zukünftigen Extremsituationen und dadurch kommen Dinge, die uns heute bewegen, stärker zum Tragen. Und dann auch die Verbindung mit dem technischen Fortschritt. Also ich könnte mir wunderbar vorstellen, dass man Science-Fiction-Werke fächerübergreifend in der Schule auch behandeln könnte. Und das muss, also wie vorher erwähnt, all das Huxley's Brave New World und George Orwell's 1984 oder auch Margaret Atwood's Handmaid's Tale zum Beispiel, die wären ja schon in der Schule behandelt. Aber dann eben nur zum Beispiel im Englischunterricht und bleibt darauf beschränkt. Und was ich eben sehr schön finden würde, wenn man vielleicht auch modernere, auch deutsche Science-Fiction, das ist dann auch kulturell näher, fächerübergreifend behandelt. Und sagt, gut, zum Beispiel in Der Klon geht es um Biotech. Das kann man dann in Biologie, in Chemie durchgehen. Aber es geht auch um die ethischen Problematiken. Es geht um deutsche Geschichte. Also man kann es auch in Ethik, man kann es in Deutsch, man kann es in Geschichte, Sozialkunde. Und dann hat man so ein verbindendes Element, was vielleicht für die Schülerinnen und Schüler auch ansprechend ist, weil es auch entertaining ist. Danke, Isabella Herrmann. Wir werden weiter diskutieren. In diesem Gespräch haben wir eine grobe Skizze gezeichnet, was Science-Fiction wahr ist, wie man darüber reden kann, wie man eine Systematik in Anschlag bringen kann. Es gibt noch sehr viel zu sagen. Hier vor Ort wird jetzt weiter diskutiert, online und in unserem Diskussionsraum hier in Salzburg. Wenn Sie einmal dabei sein wollen bei der Diskussion, melden Sie sich an unter www.junk-bibliothek.org. Liebe Isabella, herzlichen Dank fürs Dasein. Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.